Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hion Live. Es ist dann auch der schönen Movie Night mit dem Jean. Müssen wir leider wieder an die Arbeit gehen. Geh? Geht auch nichts zum Sorgen hätte. Anscheinend nicht. Na dann, let's go! Do some boss hunting! Okay. Okay, irgendwie haben wir gedacht, wir kommen bei einem anderen, aber da wird alles vorbei. Mal kurz schauen. Yo! Ist das der andere von bei dem Garten da? Check es doch gar nicht. Gute Frage. Ist das... Check es gewesen oder... Ist der Anfang gewesen? Ich schaue mich mal so zurecht rum. Ich schaue mich mal so zurecht rum. Ich schaue mich mal so zurecht rum. Also wenn man da so schön rauf schießt, dann... Ich gehe jetzt ganz kurz... Ich habe zwar noch immer nicht ganz verstanden, wo ich da jetzt einmal rausgespawnt bin. Aber wir werden da einfach mal weitergehen. Flusskabelung. Wir könnten nämlich logischerweise... Da drüber. Aber gefühlt waren wir da noch nicht. Alles klar. Wo ist es gedacht? Da. Da hast du dann auf jeden Fall einen Tiefpunkt gesaust. Wo haben wir noch nicht? Ich glaube, dass das die Gleisstoßeinheit ist, wenn wir so... ...bleiben. Okay. Ziemlich weit. Wir haben jetzt nur 60 HP gegen den Dunk. Das heißt pro Dunk kriegt man schon 10 HP. Es ist schon irgendwie gut, aber irgendwie... Irgendwie war es ziemlich steuer gewesen dafür. Schon wieder war Müllsack, Baby. Milch trinke, Mikey. Dieses gleiche Freak trinkt nur Milch. Kein anderes Getränk. Kein Wasser, kein Bier, nichts. Nur mich. Den ganzen Tag. Es ist so... Wir schießen. Es war wahnsinnig. Jo. Milch trinken, Mikey. Oh, I'm excited. Da muss man auf jeden Fall auch, ne? Aber ich glaube, das können wir eben noch nicht. Das lustige... ...ding verwenden. Ich weiß nicht, ob wir da mit der Gleisstoßeinheit rüberkommen. Oh, Power Slide! Yay, Power Slide! Yay, Power Slide! Kappen das. Dann schauen wir mal durch, man. Yo, das muss ja gehen. Da waren wir wahrscheinlich noch nicht denken wir ja. Das ist safe der Anfang, nur dass wir die an die Kiste oder wie gehen wir rein. Yay. Aber können wir uns auch straight up jetzt schon Waffen? Ich glaube nein, wir können es ganz kurz ausprobieren. Wenn wir die Waffe erbedingten, geht nix. Wenn wir die Waffe nehmen, geht auch nix, okay. Dann gehen wir mal rüber. So, da war ich nicht wirklich was am Weg. Aber man kann mit der tollen Glideanheit da ziemlich schnell mal da cruisen. Jetzt warten wir da mal die Base vom Kubis. Ja? Yes. Oh, ja! Oh, ja! What? Oh, wa- Oh, ja! Oh, das ist ein bisschen sein Walllands-Vive. Okay. Ich kann selber umbinden. Raus! Raus! Ich kauf es wieder raus! Oh mein Gott! Der Sender hier! Was ist das? Ich spudier's jetzt gleich wieder! Kett! Ich habe mehr left in mir! F**k das! Wie? 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 Wie. Wie? What the hell? Monster, die was so runter bohren können und so eine Roboter dann wieder rauf schauen können. Now we are. Oh. Nice. That is my sandwich. We were going on a lot. Oh my god. Yo. That's my combo. Yo. Okay. Okay. Nice. They have also the reaction left. Aha. Yo. Oh my god. I'm in heaven right now. Oh. You should see this. Oh. You should see this. Ripping through his true hands like that. Oh my god. Oh. I was really getting my gloves off there, wasn't I? Sorry about that. Who was someone? A Cadillian! Oh gosh. Yeah. Oh Goose. Hey bud, the name's Gus. Feel good to meet you. Look at you man. Pretty slick taking out Krubus like that. Rescuing me from indentured servitude, etc, etc. I love that kind of stuff. You know what? I love that. That's kind of stuff I love, man. Do you mind if I tag along with you for a bit? Of course. That's what I was hoping you'd say. We can use your help. But I should be clear that we are trying to take down the whole G3 cartel and we might die. Music to my ears. You think I don't want to take down the cartel? But that's all I want to do. That's all I want to do. That's what we're talking about. Amazing. I'm so glad to find another Cadillian alive and well. I love your tiny little hands, by the way. I had a cousin who had those tiny hands. He died in the zombie apocalypse on Cadillus. But you know, look. I'm sure you don't want to hear about that. We had to live through it. I mean, you know, who wants to talk about that? Here's what I do. I shoot discs. Right? They stick onto certain walls and you can climb with them. Ah, those are hot walls. Let me show off my disc launching trick on that ledge. Okay, so... Ah, I had a shotgun card. This is... It's a shotgun reason. Now, can I... Disc shield me? More. Okay, okay. Okay. Oh, shit. Oh, shit. Oh, oh. Okay. Oh, my God. Oh, my God. Well, in the background, I can't read anything. Let's shut that out, Magoon. It looks so troll amazing. Yo. If we're noploded. Oh, shit. Got it. No, no. Hey. You're not supposed to be down here. No, 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 no. Don't shoot this guy. Let me show you what else Papa Gus can do. Fuck you. Get out of here. Oh, what the hell? This is batman. Ich bin ziemlich chill, oder? Use das, wenn du willst, das ist cool! Und ich sehe eine andere Wand, die du climbst. Du siehst das, oder? Also hier ist Psaugen und dann... Schottgeist, das ist... Wieder ein Overwatch-Schweinchen-Dude. Heute vergleichen wir alles mit Orngames. Das ist wichtig. Okay, Jogo wieder. So geil. So geil. What? So geil. 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 Und ich mach einfach mal mit der Mission quasi immer weiter und schau mal wo wir vorbeikommen, weil vielleicht kommt man eh im Turt wieder vorbei und kannst den Sun mitnehmen. Also dass wir jetzt alles abrufen, ich weiß nicht. Great work. But hey, there's something you should see. Take a look after you turn in your bounty. What? Yeah. Come on. Turn in that bounty already, I gotta show you this. Yeah, who's that green fella you got there? What's up, I'm Gus. It's good to meet you. You have ruined our public image. We are not affiliates with Noodle Nose. The thing is fake. They took our ideas. Nose f***. Spaghetti Nose. Was ist denn hin? So this is where the magic happens, huh? Hmhmhmhmhm. Ahhhh. So ungefähr. So will ich weitergehen? Lol. So einfach so durch. Weg. Congrats. Muss ich das Tor bliefern? No, 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 no. We need him. We need to find another party. What? Alright, good. Get over here. Michael, I'm so sorry, honey. I'm so sorry. We're gonna find another party. I promise. Check this out. Hello, Blim City citizens. That's Klug Nugman. Blim City magistrate. As you all know, I'm working hard to flush out all the crime and drugs from our streets. I'll be the first to admit, we haven't made much headway in the fight against the G3 cartel. Alright, alright. Now catch this next bit. ...all about to change. We've learned of a bold bounty hunter who's been bravely taking this G3 matter into their own hands. You hear that? He's talking about you! ...they've already dealt with two of the cartel's most powerful officers. Yeah, you got lucky. I am not too proud to ask for help in our war on drugs. Bounty hunter, if you're listening, please consider joining forces with the good people of Blim City. I hope you'll choose to come forward and meet with me personally at my office in City Hall. I mean, we might as well hear him out, right? I already told him you go. Without even asking us first? No, don't start. Trust me. He's legit. This guy's been anti-G3 since before any of you were even in diapers. Honestly, I don't know if Gatlin's even wear diapers. Just head through there. Klug's expecting you. Sorry for making the call without you, but Klug's a good man. I say we hear him out. So, dann danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und bis zum nächsten Mal. Servus!